Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das ist eine gute Sache, das habe ich auch schon mal gemacht. Weil man dann Vertrauen gewinnt bei den Frauen. Ja, aber in einer Ritterrüstung? Na ja, wenn ihr denkt, so ein Kind macht in einer Ritterrüstung, dann wird es kein Tortenbaby, dann wird es eine Dose. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr wollt, Ritterrüstung und Pferdemaske. Helmut Kohl hatte Sex mit seinem Körper und Hannelore. Das ist falsch. Ritterrüstung und Pferdemaske, das ist falsch. Geklappert hat nur sein dünnes Gestell und die Pferdemaske war sein Gesicht ohne Mundschutz. Und was mich noch fragen würde, hat der jetzt eigentlich da mit einem Kind oder einem Pferd? Oder doch mit einer Frau, mit einem Pferd. Und hat der auch das Pferd eine Rüstung an? Was? Ich meine, das muss ja geklappert haben, wie verrückt der in den ganzen Nachbarschaft. Frage noch über Frage. Ja, eigentlich nur noch Gabi beantwortet. Ja, also ich meine, das tut einem auch leid, das arme Kerlchen. Der ist durch seine Tausendschönheitsoperation so gesaubeutelt. Ja, der hat so viel Lösch in der Nase, der kann schmerzfrei Flöte spielen. Ja, nein, nein. Ja, nein, nein. Aber, ich hab, ich hab gehört, der hatte nicht nur eine Ritterrüstung an, der hat auch noch Dudelsack gespielt dabei. Ja, ist wahr. Ich halt ihn fest, ich halt ihn warm, ich hab den Sack wohl unter dem Arme. Ja, ja. Also Gabi. Das Ganze ist in Sydney passiert, meine Damen und Herren, in Australien. Da wollen wir nicht bleiben, wir kommen zurück in unser wunderschönes Land. Und da ist in dieser Woche vieles passiert, sehr vieles, eine Schlagzeile, die mich überrascht hat. In dieser Woche, Dieter Thomas Heck schmeißt Dieter Bohlen aus seiner Sendung Melodien für Millionen, weil er seine Frau geschlagen hat. Und wie geht es jetzt, Frau Heck? Außerdem, Dieter Bohlen konnte sowieso nicht bei Melodien für Millionen auftreten, denn sein Schlagzeug liegt im Krankenhaus. Tja. Karl, sei doch mal ehrlich, hast du mir nicht neulich erzählt, dass du auch mal deine Freundin geschlagen hast? Ja, das war ne Riesensauerei, da war dann irgendwann ganz schnell die Luft raus und Beate Use wollte sie nicht mehr umtauschen. Jubel. Jubel. Einfach nur Jubel. Aber wichtig ist ja, dass es ja noch sehr harmlos ist, was der Dieter gemacht hat, der wohnt ja in Tötensinn. Ich hab dich schon verstanden. Soll ich das nochmal erklären? Nein, nein, nein. Das würde zu lang werden. Aber auf dem Wege dahin würdest du es verstehen. Tötensinn oder tötensinn nicht? Das ist die Frage. Nein. Dieter Bohlen, ich finde das nicht gut, dass auf den man so rumgehackt wird. Ich hab heute in der Zeitung gelesen, seine Ex-Frau hält zu ihm. Sie sagt, das kannst du dich nicht vorstellen, dass Dieter so was macht. Dieter ist eigentlich ein guter Kerl. Und so hab ich ihn auch kennengelernt. Der hat jetzt auch sein Gehirn der Wissenschaft für Experimente zur Verfügung gestellt. Was hat er? Das Gehirn? Ja. Also gar nichts? Nein, er hat ja schon große Hits geschrieben. Da muss man ja auch ein gewisses Rest Gehirn noch haben. Selbst für diese Musik. Das hat er also der Wissenschaft zur Verfügung gestellt für Experimente. Das finde ich ganz toll. Das machen die meisten Menschen erst nach ihrem Tod. Toll wieder. Danke. Ich will auch nochmal sagen, also ein sehr enger Freund oder ich glaube sogar sein Produzent hat gesagt, er kann sich das nicht vorstellen. Also Dieter sehr schüchtern zurückhalten, eher ängstlich. Also ich weiß es auch, wenn seine Frau verreist war, schlief er gerne bei der Nachbarin. Also da glaube ich. Ja. Obwohl der hat doch auch mal der Modern Talking hieß das ja mit so einer anderen verbrannten Bratwurst. Hat der ja. Ja, ja. Das war immer sehr schön. Also die Musik, die war in etwa so, wie billiges Kantinen-Essen schmeckt. Ne? Und ich meine, wenn der jetzt mal hier die ganzen Kerle mit wochenlang mit singen bedrissener Musik voll dröhnen, dann wird kein einziger Ehemann mehr hier in diesem Lande sein eigenes Weib anrühren. Ich schwöre es dir. Wahnsinn. Gabi! Gabi, in solchen Momenten drängt sich mir natürlich die Frage auf, bist du Gabi, hast du auch schon mal von Männern geschlagen wurden? Ne, nicht direkt. Das hätt's doch nicht gelohnt. Die hatten ja alle ja nichts am Konto. Quatsch. Hör mal Gabi, die ganze Meldung ist falsch. Das ist überhaupt alles wieder falsch. Dieter Thomas Heck schmeißt Dieter Bohlen aus Melodien für Millionen. Falsch. Müsste heißen, Dieter Bohlen scheißt Melodien für Millionen und heckt auf seine Frau. Nein, nein, wir müssen jetzt auch richtig sehen. Dieter Thomas Heck, ein Moderator, muss ich vorstellen, genau wie ich, sitzend vor einer großen Menge Leute, hat eine Verantwortung. Hat eine Verantwortung für uns alle. Für uns, die wir bekannt sind. Dieter Thomas Heck wollte, dass wir diese Verantwortung tragen. Wir Stars müssen Vorbild sein. Hat er gesagt. Ja wie, ja wie, weiß denn da nicht, statt seine Alte da in Spanien immer noch auf der Müllkippe rumhängt die Ex. Kipp doch. Wir alle brauchen diesen Heck-Antrieb. Und du sagst mir doch, dass Dieter Bohlen eigentlich in Bad Segebrecht, Bad Segeberg, da soll er bei den Karl May spielen, Nachfolger von Pierre Priest, von Freddy Quinn, von Ingrid Steger werden. Und ich nehme an. Alles in allem. Und macht er. Da hat er wahrscheinlich sich auf Old Shatterhand vorbereitet, hat geboxt und dann ist bei dieser Probe vielleicht seine Frau da gerade reingeraten. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen. Also machen wir da Gedanken. Das Heilblut-Apanachi. Ja. Karl sagt das. Ich muss sagen, ich war nie ein Bullenfreund. Ich mag einfach kein Obst im Alkohol. Aber das ist nun nicht mehr das Thema. Mein Thema geht hier um eine Strafanzeige. Und wir sind weiterhin im Showbusiness. Und da geht eine Strafanzeige gegen die Toten Hosen wegen Bullenbeleidigung. Also der Text, ich lese ihn mal vor. Wir schießen zwei, drei, vier, fünf, eine beliebige Auswahl, Bullen um, wenn es nicht mehr anders geht. Gegen diese Zeilen auf der CD. Tote Hosen erstattete ein Politiker der Stadtpartei Strafanzeigen. Gut, ich glaube, er wohnt bei dir in der Nähe. Er wohnt bei mir um die Ecke. Aber das ist natürlich doof. Ich meine, es lief wochenlang im Fernsehen der Bullen von Tölz. Er hat auch nichts zu sagen. Es ist typisch wieder dieses Profilieren von Politiker. Es ist eben Ruhe da. Und dann kommen sie mit was ganz Kleines. Wenn ihr nichts gesagt hätte, wäre es niemand aufgefallen. Und jetzt weiß jeder, was das ist dumm. Aber es ist immer wieder, auch im Sommer, so im Sommerloch, da kommen die Politiker von, es darf nicht mit einem Handy Auto gefahren werden. Oder nicht rauchen am Steuer. Mir wäre es viel lieber, wenn wir keine Steuer zahlen müssen, wenn wir rauchen. Das wäre mir lieber. Mir fällt nämlich ein, ich werde die auch noch anzeigen, wegen Ruhestörungen. Die Toten Hosen. Wir waren neulich im gleichen Hotel. Und dann habe ich die ganze Nacht überhaupt nicht schlafen können, weil die Mädels direkt unter meinem Fenster immer geschrien haben, Campino, Campino. Sag mal, woher wussten die, dass du bei denen pennst? Ja, das ist schon blöd gelaufen. Die haben das auch verweckt. Die haben nicht gerufen Campino, die haben gerufen Campari, Campari. Und das ist natürlich auch das Problem, dass das oft verwechselt wird, weil die ja diese ganzen Lieder machen, die Toten Hosen über diese Getränke. Jägermeister, Bommelunda, die singen ja eigentlich nur über Suff-Sachen. Da ist ja auch der Name, das ist eine Mischung aus Bommelunda, Jägermeister und Campari, Campino. Und das muss der jetzt ausbaden, der kommt jetzt in den Knast natürlich. Deshalb, weil der Richter wird sagen, wer soll in den Knast? Campino, was sonst? Das ist ja auch eine Sache der Auslegung. Ihr wisst ja, ich fahr gern. Träger, fahr bei uns auf so einer schönen Straße im schönen Südrichholstein. Es überholt mich ein Auto mit vier weißen Kotflügeln. Drinnen saßen zwei Herren mit einer weißen Mütze. Ich denke, das war ein Eisverkäufer. Ich überhole die, die überholen mir, ich überhole denen. Plötzlich winkt mir einer raus, sagte, junger Mann, Sie haben im Überholverbot überholt. Ich sag, Moment, Herr Wachtmeister, es war ein Schild unter ausgenommen landwirtschaftliche Fahrzeuge. Er sagte, wieso das? Ich sag, bei euch saßen doch zwei Bullen drin. Ja, das ist... Rutsch mal raus, rutsch mal raus. Ja, aber Günther, im Ernst, jetzt ganz im Ernst, die Tierschützer rüsten auf. Wir hatten das Problem auch, nicht nur Bullen, sondern auch Taubenbeleidigungen werden von der Staatsanwaltschaft verfolgt. Der Heilige Geist in Form einer Taube und die Polizei in Form von Bullen werden vom Rechtsstaat viel zu wenig geschützt. Jawohl, deshalb Anzeige in beiden Fällen. Rettet unsere Tauben Bullen. Aber ich mein... Aber die, die sind auch ganz süß. Man hat ja bei denen in den Kapitel hier in den Sessel, lecker Kerl, schüße her, kann man sagen. Ich mein, die sind ja auch ganz brav, die singen ja jetzt nicht mehr, wir schießen zwei, drei, vier, fünf Bullen um. Die singen jetzt, wir schießen zwei, drei, vier, fünf Polizisten um. Und außerdem haben die mit einer Gegenklare gedroht, wenn man die nochmal als Musiker bezeichnen würde. Fand ich super. Ja, ist klar, die haben ja in 15 Jahren... Musch und der Regen, stopp, ey, sag ich. Ja, aber in 15 Jahren sind die mit zwei Akkorden ausgekommen. Die brauchen bis heute keinen Dritten dazuzulernen. Das ist doch super. Ja. Wir können die einen mehr als ich, stell dich vor. Eine Frau, die so zu dünn ist, sagt man auch, die hat Bulimie. Hat das da was mit zu tun? Ja, nur... Karl, und wie nennt man denn einen weiblichen Polizisten? Einen weiblichen Polizisten? Das ist eine Bulette. Schön. Wenn die beleidigt, ist eine Bulettenbeleidigung. Karl, dann lässt nachher der Verband ein Bulletin raus. Du, Französisch. Ja, ja. Jetzt geht aber los. Gibt's da noch eine Wortmeldung dazu? Nee. Abhaken, nächstes Thema. Gut, Karlchen, schön, mach ich's dir zum Gefallen. War was los in letzter Woche? Zum ersten Mal wieder. Nach sieben Monaten gab es Wetten, dass mit Thomas Gottschalk. Man hat ihn kaum wiedererkannt. Wenn man nicht gerade sattguckt, tue ich ja nicht. Hätte ich ihn nicht wiedererkannt. Ein Showereignis der Woche. Und es gab 15 Millionen Zuschauer. Und wer war noch der? Roberto Blanco saß im Publikum, hab ich gesehen. Roberto Blanco. Ah, der hat gedacht, der spielt Boris Becker. Der hat der Halle geirrt. Ich saß mit Karl zusammen. Ich sag, weißt du eigentlich, warum die Sendung Wetten, dass heißt? Nein, sag ich Karl. Ich sag, Wetten, dass Roberto Blanco wieder im Publikum sitzt. Ja, das ist es. Das große Problem dieser Sendung ist ja die Saalwette. Also das hat ja doch Thomas selber gesagt, nicht zu mir, der spricht ja nicht mit mir. Das verstehe ich auch. Ich bin so nett, aber spricht nicht mit mir. Ich glaube, bist du so ein netter Kerl. Ja, ich bin so reizig jung, aber ich wohne halt nicht in Amerika. Na gut, also das große Problem für ihn ist die Saalwette. Wir könnten, da wir doch wirklich gescheite Menschen sind, ihm doch ein paar Saalwetten empfehlen. Ganz einfach. Einfach, ja. Wetten, Sie finden keine 10 Holländer, die ohne Wohnwagen gesperrt hier vor die Halle kochen. Ja. Ich meine, ich meine auch. Ja. 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 Nochmal auf unser Karlchen. Karlchen, Wetten, dass Karl es nicht schafft, 10 Personen mit einem elektrischen Laubsauger auf eine Bühne zu bringen, die dann noch ein Lied singen von den Gebrüdern Blattschuss. Ich weiß auch noch einen. Laub ist kein Thema mehr, wollte ich sagen. Das war letzte Woche. Viel schlimmer ist, an diesem Wochenende gibt es das erste Glatteis. Oh. Und das sieht man nicht mehr so. Verstehst du? Bei Laub habe ich ja die Woche noch einen Trick angewandt. Ich habe einfach eine braune Hose angezogen. Wenn ich hinfiele, fiel das nicht so auf. Aber was mache ich bei Glatteis? Ja. Das ist die Frage. Und wie sieht Karl wohl nächste Woche dann aus? Ja. Dann hat es einen braunen Gipsverband, das sieht man dann auch nicht. Ist es denn mit deinen Bettnässen besser geworden? Ich möchte mich distanzieren. Er hat ihn was gefragt. Karl. Hier ist doch gar kein Bett. Karl wird plötzlich ein feiner Pinkel. Ich habe aber auch noch eine leckere Wette. Ja. Wette, ja pass auf, hat er es gehört. Wette, dass sie es nicht schaffen, mit Karl Dahls Gesicht innerhalb von einer Minute 100 Eier abzuschrecken. Ich bin gleich noch mehr. Es ist ein noch. Also, ich bin noch. Es ist ein noch. Es ist noch. Es ist noch zu früh. Viel zu früh. Eine Stunde lang. Jetzt geht alles wieder hinein. Jetzt geht alles wieder hinein. Sollst du mir den Schluss machen, bitte bitte. Nix. Bitte weiter. Ja ich aber, ich weiß jetzt nicht. Ja ich habe ja jetzt gehört so. Dabei haben die Leute da drüben ja noch Glück, die sehen dich nur von hinten. Aber die müssen deine Fresse von vorne sehen. Ich muss bitte. Muss um mehr zu tun. Ich muss schon lange verlassen. Wir hatten hier ein ernstes Thema, ein sehr jesestes Thema. Wir wollen Thomas Gottschalk eine Saalwette empfehlen. Karl, Laubsache, du bist ruhig. Nicht verlauben. Roberto Blanco saß im Pupen. Ja, das haben wir schon erwähnt. Mein Gott. Das war nicht Mike Tyson. Das war doch besser als ein schwarzes Loch. So, jetzt hier weiter. Lisa, Scheine. Wetten, dass es niemand schafft, Theo Weigl mit allen Haushaltslöchern auf die Bühne zu bringen. Ah, da hab ich auch noch. Wetten, dass sie es nicht schaffen, Jürgen Möllermann auf die Bühne zu kriegen, der dann fünf Minuten lang die Schnauze hält. Oh ja, oh ja. Hat noch einen? Jürgen. Nur einen? Hat noch einen? Hat noch einen? Rudi. Rudi hat noch einen, Rudi. Wetten, dass sie es nicht schaffen, Michael Jackson auf die Bühne zu kriegen, der dann singt, I did it my way. Heute Nacht ohne Lied. Gut, sehr schön. Auch was in dieser... Ne, hat mir gut gefallen. Also, ich hoffe, Thomas Gottschalk sieht uns und die Sendung nimmt einen Riesenaufschwung durch die neuen Saalfetten. Ein Riesenaufschwung. Also, mir ist das ziemlich wurscht auf Thomas Gottschalk. Hauptsache, die Leute sehen uns. Ja. Und sind weiter so begeistert. Ja. Wie hier drin. Wie hier drin. Gut. Sehr begeistert sind die Leute über einen ganz neuen Werbeträger. In der Spielzeugindustrie, da wird es einen wahnsinnigen Aufschwung geben. Man wirbt mit einem neuen Mann. Meine Damen und Herren, Sie kennen Jürgen Schneider. Dr. Jürgen Schneider, wer ihn nicht kennt, also teilweise halt nur flüchtig kennt, weiß, dass dieser Mann für eine große Millionensumme gerade zu stehen hat irgendwann mal. Und das hat sich ja auch die Spielzeugindustrie zunutze gemacht. Und sie wirbt jetzt mit ihm für Monopoly. Jetzt, ich weiß, dass man dazu nicht viel sagen kann, das spricht alles für sich, aber ich frage jetzt mal hier in die Runde, wer könnte noch für was Werbung machen? Also Karl könnte für blinde Kuh. Ach, nicht immer. Und Rudi für stille Post. Mike Krüger könnte für so ein neues Gesellschaftsspiel haben Sie heute schon gekotzt. Aber nachher vertragt ihr euch wieder. Wir vertragen uns dann wieder. So. Sehe ich nicht so. Sehe ich überhaupt nicht. Gabi, sag du mir doch mal, du bist immer so, hast du was schlicht. Das schlicht dann besser. Das hat aber nicht zu sagen, das hat mir doch keiner gesagt. Nein? Ja, also ich mein, dieser Schneider, da ist ja auch ein Fiepfisch-Kerzen. Ich hab aber gehört, dass in diesem Monopoly-Spiel auch jetzt Flammen neue Ereigniskarten gibt. Da gibt es ja immer so Karten, ne? Und da steht beispielsweise drin, Sie sind Baulöfe des Jahres. Sie kriegen einen Milliarden-Kredit, obwohl Sie als Sicherheit nur Ihre besoffene Alte vorgelegt haben, ne? Oder hier, Sie haben auf der Schlossallee eine Bank beschissen. Schweißen Sie Ihr Toupet weg und flüchten Sie nach Florida. Ja, ist neu. Also Gabi, das mit der versoffenen Alten, das, da muss ich, ich finde, auch die weibliche Leber hat ein Recht auf den Rausch. Ich würde sagen, es ist doch. Ja, ich hab aber auch Vorschläge noch für den schwarzen, für den schwarzen Peter Wirbter-Gauweiler, der Papst für die Reise nach Jerusalem. Oder für diese Dinger, die man überstülpt, wo man dann das macht, wo man neuerdings jetzt eine Ritterrüstung dazu braucht. Ich wissen, wovon das trinkt. Und der Jörg Haider für zehn kleine Negerlein. Und der Blüm, der Kleine als Testfahrer bei Matchbox. Also wenn Verbrecher Werbung machen für Spiele, dann könnte diese Haider-Mörder, könnte doch Werbung machen für Stadt, Land, Fluss, könnte er machen. Apropos, ich hab gelesen jetzt, dass er ist doch geflohen damals und er hat seiner Physiotherapeutin ihm geholfen. Und jetzt wollen die heiraten. Ja, und er hat schon für die Hochzeitsreise, hat er schon in einem Hotel in Venedig ein Einzelzimmer gebucht. Ja, denk mal eben nach. So, wenn wir schon von Verbrecher sprechen, wofür könntest du Werbung machen? Oh, so eine Frechheit. Ich bin im Moment bei der Glatteis, weil wir das Glatteisproblem haben, nicht mehr das Laubproblem für dich, für Barbara Streusand. Wir werden gleich uns darüber unterhalten, dass es in einem Bundesland eine ganz neue Art der Agrikulturen Förderung gibt. Und wir kommen dann nach Schleswig-Holstein und ein Sachverständiger daran ist Mike Krüger, er lebt dort selbst. Ich freue mich auf gleich. Ja, sieben Tage, sieben Köpfe beschäftigen sich mit einem Thema Landwirtschaft, meine Damen und Herren. Landwirtschaft, wichtig. Da wird das Getreide ausgesät, irgendwann im Herbst wird geerntet und wir kommen zu Brot. Schleswig-Holstein, ein wunderbares Land, hat jetzt eine ganz neue Aufgabe sich vorgenommen. Es wird dort Hanf angebaut. Aus Hanf wird bekanntlich Seile gemacht, in diesem Fall ist es nicht so, sondern es wird daraus Haschisch gewonnen. Was ist das? Haschisch. Gesundheit. Man merkt, Rudi isst nicht von hier und in Holland haben sie ja von Haschisch auch noch nie etwas gehört. Unser nördlichstes Bundesland plant also den Anbau von Pflanzen, aus denen Drogen gewonnen werden. Mike Krüger, du wohnst dort, du kennst Schleswig-Holstein. Sag mir doch, warum macht ihr das? Wohl wahr, liebe Zuschauer, Sie wissen, ich lebe in Quickborn und... Schleswig-Holstein hat eine lange Tradition im Drogenanbau. Das ist für uns nichts Neues. Das ist jetzt nur gerade in die Zeitung gekommen, weil immer eben, wie gesagt, oft haben die keine Themen und da wird sowas geschrieben. Drogenanbau in Schleswig-Holstein nichts Neues, zum Beispiel an der Nordsee Haschisch-Hoge. Ja, oder das berühmte Koksgärtchen in Kampen auf Sylt. Oder an der Ostsee, DOP 2000. Aber auch in den Sprachgebrauch ist das natürlich eingegangen, diese Fixersprache, zum Beispiel, DOESBUDDLE, ja, oder, Mensch, das aber SHIT. Also, das ist geschehen, sie heißt überhaupt nichts Neues. Ist schön, ja. Aber wenn ich deine Ministerpräsidentin sehe, die Frau Simoni ist, so in Talkshows, so, ich möchte mal hier einen Kräutergarten sehen. Ja, die ist immer voll angeturnt. Immer auf. Heide Cannabis. Ja. Ich denke mal, wenn ich mal was sagen darf. Ja, Karl! Das, äh, dieses Problem ein staatliches Problem ist. Die wollen das besteuern. Denn die haben ja die Nikotinsucht, Spielsucht, Alkoholsucht, Benzinsucht, wird besteuert. Bloß mit diesen Drogen noch nicht. Und das wollen sie legalisieren, sodass sie denn da Weigl sein Millionenloch stopfen kann. Oh, ja, 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 ja. Oder... Karl, heute seriös. Schön. Karl, die letzte Steuer wäre dann die Beischlafsteuer, dass die Bewegungsmelder am Bett... Wie hast du das zu mir gesagt? Entschuldige mal bitte. Karl ist noch nicht fertig, wenn es um Beischlaf geht. Es ist doch wichtig, wenn auch so einer wie ich mal ein Anliegen hat. Karl, wenn du ein Anliegen hast, warum brauchst du noch einen Bewegungsmelder? Und was sagst du zu Hasch, lieber Günther? Ja, Schleswig-Holstein. Ich meine, unsere Regierung ist sehr, sehr konsequent. Ausstieg aus der Atomenergie, man bleibt beim Kohlekraftwerk. Warum jetzt nicht auch Koks? Man bleibt dabei. Und warum immer ein traditionelles Grünkohl- oder Braunkohle-Essen zum traditionellen Cannabis-Essen lädt die Freiwillige Feuerwehr? Das ist alles gut durchdacht. Und ich habe da gute Zukunftsaussicht. Schön. Ja, la... Klasse. Weißt du, der Witz ist ja auch, wenn man sich das jetzt mal zu Ende, verstehst du? Da hängt sich dann auch noch die Industrie an. Und dann gibt es demnächst in den Supermärkten, gibt es dann Jakobsdrönung. Oder eine leckere Tafel Kiffersport. Oder Doughblo. Die einen nennen es den Joint und für die anderen ist es der wahrscheinlich längste Sportstreiter welt. Zu meiner Rechten. Ja, ich hatte ja einen Traum. Ich bin in München mitten auf der Theresienwiese gesessen und eine Stimme hat zu mir gesprochen. Es ist wieder so weit. Das Oktoberfest beginnt. Viele tausend Münchner freuen sich auf das bunte Treiben. Der Aufbau der Haschzelte ist verendet. Schon von Weitem hört man die Blaskapellen. In München steht ein Kiffbräuhaus. Das Kiffsteiner Lied. Sprezen, Liesl. Der bayerische Inhaliermarsch. Kiff, Kiff, Brüderlein Kiff. Jetzt schnupft man nur ein Friesenkoks. Und eins kommt noch zum Schluss dazu, das war der Nächste. Es gibt kein Koks, auf, vorbei. Und die lustige bayerische Rundfunkwerbung hat gespielt und der Sedlmayr hat gesagt, unsere Anbauflächen sind noch frei von Düngemitteln und Pestiziden roter Libanese, einfach weil es schmeckt. Und das ist auch die Liedsrichtlinie. Wir haben die Ausbildung und die Koks. Das hat der Koks. Und was ist die Koks? Das ist eine Koks. Wir haben halt eine Koks. Wir Deutschen müssen erheblich sparen und die meisten Deutschen haben auch bereits damit angefangen. Ein Thema dieser Woche, worauf ich hinweisen möchte, 77 Prozent der Deutschen sparen, wenn sie sparen, an der Kleidung. Man kann also sagen, fast 80 Prozent der Deutschen ziehen weniger an. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Also das Erste, woran ich spare, ist wirklich, wenn ich spare an der Kleidung. Ja, das sieht man. Ich mache da nicht mit. Ich habe für jeden Tag im Monat eine Jacke. Das ist sie. Wenn wir in Deutschland sparen, dann wird als erstes der Zweitwagen gestrichen. Der Zweitwagen? In welcher Farbe denn? Sparst du denn auf? Ich spare immer, indem ich beim Sex das Licht ausmache. Bringt das was bei einmal im Jahr? Jürgen, will ich mal, äh... Günther. Günther, warum seid ihr denn? Ja, ja. Ach, Walter Möllemann gesessen hat, ist klar. Ne, ne, ist klar. Äh, Mike spart an seiner Jacke. Wie ist das mit dir und Jacken? Das hat mir die Tränen wirklich in die Augen getrieben. Ihr kennt meinen sozialen Touch. Ich handel nach dem Vorsatz, wenn ich zwei Jacken habe und der andere hat nur eine, gebe ich ihm eine ab, damit er auch zwei hat. Und bei Mike habe ich es jetzt gesehen im Hotel. Mike ist sehr sparsam, was klein und geil ist. Also eine Badehose kann man nicht sagen. Es war also eigentlich mehr so ein, na, wie ein Schnürsenkel. Ja, ganz wenig. Und dann ist er noch aus dem Schwimmbad im Hotel rausgeflogen. Ja, er hat die Badehose auch noch verkehrt an. Ja, Karl, er hatte sie in der Hand. Er hatte sie in der Hand. Und man muss sparen. Wir haben vorhin ja uns unterhalten, man muss auf allen Sektoren sparen, in allen Bereichen. Das fängt bei mir an mit dem Alkohol. Ich trinke zum Beispiel, das ist ein ganz kleiner Trick, ich trinke Bier, kippe ich mir in ein Schnapsglas und den Schnaps dann ins Bierglas. Damit fährt man gut und spart. Ja, ich habe auch so eine Art drauf zu sparen, indem ich mir einen Anzug mit zwei Hosen kaufe. Ja, aber das mache ich nie wieder. Ich schwitze mich zu Tode. Ich glaube, dass ich, dass 77% der Leute da an Kleidung sparen, ich, äh, ich weiß nicht. Also ich denke, die sparen am guten Geschmack. Nee, da muss man einfach mal so sehen. Ich meine, man muss auch mal dabei sein, dass trotz zwei Weltkriege hier deutschlandmäßig, ja, gehen die Deutschen mit ungebrochenem Hang immer noch urlaubsmäßig in kurzen Hosen. Da muss man sich auch mal vor Aure führen. Und he, he, der Jochebusse, he. Ja, was sie hier sehen, ist oben Armani und unten all die Tüten. Was sind Aldi-Tüten? Aldi-Tüten, verstehst du? Ich wusste gar nicht, dass Herr Joob Aldi-Tüten hat. Damit ist dieses Thema wirklich erschöpfend behandelt. Ich komme zu etwas Ernstem. Wir müssen auch mal in dieser Sendung zu etwas Ernstem kommen. Meine Damen und Herren, wir feiern in dieser Woche 25 Jahre gegen den Hunger. Der Kampf gegen den Hunger in Deutschland. Und das ein Vierteljahrhundert lang. Ich sage es Ihnen, wie wir das machen. Wir haben 25 Jahre McDonalds. Du frage ich dich, was ist denn so schlimm daran? 25 Jahre McDonalds. Obwohl Gottschalk und Heino schon dafür Fernsehwerbung gemacht haben. Das finde ich erstaunlich. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der McDonalds in Holland zum Beispiel ganz schlecht läuft. Warum? Weil in diese Drive-In-Spur passen ja keine Wohnwerke. Ja, der Holländer ist auch höchstens mal ein Cheeseburger. Aber ohne Fleisch mit ganz viel Mayo. Ja, der ist so. Ja. Mike, es ist auch so. Es ist ja auch paradox, wenn ein Holländer einen Tilsitter aus dem Rock vorzieht. Ja. Ich war in Hamburg. Ja, der war schön. Schön abgebremst. Aber gut abgebremst. Weiter. Wir kommen ja im Großteil aus Hamburg. Da war ich auch bei einem McDonalds. Ich sage zum Chef, ich habe es schon mal besser gegessen. Ja, sagt aber nicht bei uns. Und dann, wir haben ja Kontakt zu allen Leuten in Hamburg, zur hohen Politik. Gerade Hamburg und vor den Wahlen. Ich sage zu einem Senator, wissen Sie was, Herr Senator, wenn Sie mal nicht mehr Senator hier in Hamburg sein sollten, Sie könnten immer noch bei McDonalds anfangen, oder wieso das denn? Ich sage, da können Sie auch wieder Hamburger einwickeln. Habe ich gesagt. Also weg vom Futtern. Hin zu was Geistigem. Bei einer Tagung des Deutschen Instituts für Sprache in Mannheim wurde von einem Psychologen herausgefunden, zwei von drei Sätzen, die wir täglich von uns geben, sind gelogen, meine Damen und Herren. Das ist so. Was wir von uns geben, was wir sagen, ist teilweise überhaupt nicht wahr. Wenn ich zum Beispiel sage, Rudi, wie geht's dir? Dann sage ich, gut. Ja, schon falsch, ne? Aber dann sage ich, Rudi, du siehst fabelhaft aus. Sag mir drei Sätze, was davon war gelogen? Tja, Jochen, das stimmt. Nein, das wird ja überall gelogen und es gibt ja Lügen. Auch du bist nicht frei davon. Es gibt ja Lügen, die werden immer wieder gebraucht. Also die bekanntesten Lügen sind ja, der Scheck ist unterwegs. Oder, guten Tag, ich bin von der Regierung und ich möchte Ihnen helfen. Oder wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Jochen Mensch, du siehst keinen Tag älter aus als 40. Oder bei der Polizeikontrolle die häufigste Lüge natürlich, ich hatte zwei Glas Bier. Ja, und Lügendetektoren helfen da auch nicht. Ich weiß, wovon ich rede, ich bin mit einem verheiratet, also von daher... Aber Nummer eins, ganz vom Thema weg, ich habe letzten Mittwoch mit Claudia Schiffer geschlafen. Das glaub ich dir nicht. Stimmt, das war am Dienstag. Ich meine, hier in der Zeitung wird doch auch gelogen, ne? Hier steht, dass eine Frau in London beim Pferderennen 2000 Pfund verloren hat. Was? 2000 Pfund? So dick ist doch keine Frau, Mensch! Aber Karl neigt auch zu Übertreibungen. Er macht ja nie Urlaub, aber jetzt saßen wir mal in stiller Stunde zusammen, sagt er, im letzten Jahr habe ich mir das abgezwackt, ich war in Amerika. Ich sag, weißt du was, wir machen jetzt mal um einen Hunni, eine Wette, wer besser lügen kann. Karl sagt, ich bin in diesem Amerika-Urlaub die Niagara-Fälle hochgerudert. Ich sag, Karl, ich habe es genau beobachtet. Schon hatte ich einen Hunni. Ja! So lügen wir uns an. Ja, aber Sommer spricht schon hier in dieser Runde, ne? Ich traue keinem Mann über 30, weil mindestens 15 cm gelogen sind, ne? Aber ich meine, ich habe auch mal heute hier ein Zitat mitgebracht, auch in Zeitungen wird ja gelogen, muss man ja dabei sein. Zum Beispiel die FAZ-Schlagzeile hier, ja, schreibt wie folgt, Dioxine, Doppelpunkt, Leverkusener Firma von Weltruf in die Affäre verstrickt. Das ist doch gelogen, ja? Man sagt nicht Leverkusener Firma von Weltruf, man sagt eine große Bundle von Arschlöschern! Das sind die Momente, wo ein Aspirin schon ganz gut wäre. Ich habe gestern auch einen Satz mit sieben Worten und drei Lügen gelesen. Ehrlicher Pole mit eigenem Auto sucht Arbeit. Ja, das ist rassistisch, gut! Ja! Das ist ja jetzt peinlich, ne? Ja! Du hast gesagt, man darf alles machen, hauptsache es kommt an! Ja, ist dir gelungen! Okay, gehen wir weiter. Ich habe noch was Schönes hier, ich habe was wunderbares in Südafrika, gleich um die Ecke. Da, das ist jetzt keine Lüge, was ich erzähle, da hat ein Mann seinen eigenen Tod vorgespielt. Das heißt also, er hat sich beerdigen lassen, beziehungsweise aufbahnen und hat am offenen Sarg vernommen, was die Leute alles so über ihn gesagt haben. Und das ist dann später geahndet worden, wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen, das ist aber nicht unser Thema. Unser Thema ist, was könntet ihr euch an Nachrufen, an Nekrologen oder an Leichenreden vorstellen? Mike, wenn du zum Beispiel bist, da hast du ein feierliches Gesicht. Ja, also für Karl hätte ich zum Beispiel, hier ruht der Mann, der nach seiner Haarfrisur benannt wurde, hier liegt Karl. Oder für Rudi hätte ich natürlich, wir danken den Totengräbern für die vielen Überstunden, die sie gemacht haben, um den alten Holländer dort beerdigen zu können, wo er sich immer am liebsten und am wohlsten gefühlt hat. Irgendwann schlagen die Niederlande fürchterlich zurück, habe ich den Eindruck. Bei Gabi würde ich sagen, es ist fürchterlich ohne sie, es ist fast so, als wäre sie noch hier. Aber wenn ich mal sterbe, da wird an meinem Haus eine Tafel angebracht. Was steht da drauf? Tafel an deinem Haus, da weiß ich schon, was da drauf steht. Geschmackloses gelbes Haus billig abzugeben. Ich bin auch noch gewohnt. Ich finde, Jochen ist bis jetzt sehr gut weggekommen. Ich denke mir, dass ich auch mal am Grabe stehe und sage, hier liegt kein Pole, liegt kein Russe. Hier liegt und schweigt jetzt Jochen Busse. Kann ich dir auch was dazu sagen? Er war die eigenen Witzeleit, drum ruht hier Günther Willowal. Ich muss noch an Karl, ganz kurz. Hier liegt der Karl, ist ausgerutscht, das Glatteis hat ihn hingeflutscht. Und Rudi noch, einfach noch. Und da liegt Rudi, still und taub, zugedeckt mit Karlchens Laub. Das ist auch Schluss mit dem Laub. Ich weiß nicht, also ich muss ja noch mal kurz anschließen, dauert immer lange bis man dazwischen kommt. Also Mike, ich hätte mir jetzt diesen Nachruf, hätte ich mir also netter vorgestellt. Man hätte auch sagen können, so in netter Erinnerung, Gabi war eine dicke Freundin von mir. Komik ist schwer, bei Gabi stimmte das auch. Und, oder äh, 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 was weiß ich hier, äh, 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 ich trag Gabi in meinem Herzen immer noch, ne? Na, da färbe ich eure Bandscheibe, Schade. Hättest du mal viel jetzt noch? Weh, beleidigt. Ich möchte keine Rede halten, aber ich möchte so sterben wie mein Opa. Mein Opa ist im Schlaf gestorben. Oh Gott, dann hätte er es doch gar nicht gemerkt. Was machst du in fünf Jahren, wenn du 80 bist? Was machst du? Dann besuche ich wöchentlich dein Grab. Und was machst du da? Laub wegfielen. Ich habe mich sehr intensiv mit Okkultismus befasst, Geisterbeschwörung. Ich hatte zwei Helfer aus dem Jenseits und einen Schutzgeist namens Astor. Der hat man dann in die Hand diktiert. Aber ich habe dann aufgehört, wie ich meine Banküberweisungen mit Roy Black unterschrieben habe. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen sagen, wir werden jetzt nicht mehr über Tod reden, aber eine riesig lebendige Überraschung in unserer Rubrik Mitbringsel hat gleich Rudi für uns. Und dazu sehen wir uns gleich wieder. Tage, sieben Köpfe. Sie wissen, meine Damen und Herren, wir haben immer Mitbringsel. Ich habe heute auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich habe einen herzlichen Glückwunsch für meinen Freund Helmut Fischer mitgebracht. Der Mann Monaco-Franze wird heute 70 Jahre. Riesen Applaus. Und dann, danke schön, geht es gleich weiter. Ja, ein besonderes Mitbringsel hat Rudi dabei. Ja, genau, weil ich kann noch so viele Gags machen über Holländer mit Wohnwagen. Ich habe mich vorige Woche gerecht. Ist da total voller Blätter gewesen da und so weiter. Und ich werde dir versorgen, dass das nicht mehr passiert. Mike, du kriegst von mir geschenkt ein Regenschirm, ja, sodass du immer beschützt bist. Ja, bitte sehr, danke dir. Okay. Karl, kannst du mal eben Schnee schieben? Und das ist für uns die Frohfreude auf Weihnachten, meine Damen und Herren. White Christmas für Mike Prüger und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Und wenn Sie jetzt noch sich weiter beömmeln wollen, gleich gibt es die Frohfreude.